Der Toast ist noch warm. Die Vertretungslehrerin wird mich nicht zweimal retten. Wie lang war es gestern? Weiß ich nicht. Ich war halbtot. Ich glaube, sie sind in deiner Jacke. Hast du sie genommen? Vielleicht im Schlaf. Wenn das so weitergeht, schrei ich wieder auf die Klasse. Wieso? Auf die musst du nicht schreien. Bitte mach was damit. Nichts. Töne